Für alle Konsolen-Fans und Skript-Profis gibt es ab sofort in Contao 4.10 auch einen neuen Befehl und zwar den Contao Doppelpunkt User-Befehl. Der User-Befehl hat drei mögliche Unterkommandos und zwar ist das das Kommando Create, um neue Backend-User anzulegen, den Befehl List, um die Backend-User anzuzeigen und den Befehl Passwort, um eben deine Passwörter der Benutzer zu ändern. Der einfachste Befehl ist natürlich der List-Befehl. Du erreichst ihn über Vendor Bin Contao Console und dann Contao Doppelpunkt User Doppelpunkte List. Wenn wir uns diesen Befehl ansehen, dann siehst du schon, im Moment sind zwei User angelegt, ein Admin-User und ein Anwendungs-User. Und wenn wir jetzt einen neuen User hinzufügen wollen, dann können wir das Ganze mit dem Befehl Create. Dazu kann ich jetzt einfach mal mit dem minus h hier mir die Optionen anzeigen. Wie du siehst, muss ich jetzt einige Optionen angeben, um das Ganze eben automatisiert anlegen zu können. Alternativ kannst du natürlich auch das Ganze in einem Art Dialog machen. Das heißt, du gibst einfach hier jetzt nur User Create an und dann werden dir die einzelnen nötigen Parameter abgefragt. Ich möchte das Ganze jetzt kurz abbrechen, denn das kannst du einfach mal Schritt für Schritt durchspielen. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal kurz abbrechen und ich möchte dir zeigen, wie wir das auch in einem Skript machen würden. Das heißt, wir würden jetzt diesen Befehl Create nehmen, würden anschließend eben unseren Username vorgeben. Dazu kann ich entweder mit minus U arbeiten oder ich nehme zwei Bindestrich Username ist gleich und dann zum Beispiel Demo User. Anschließend vergebe ich den Namen, also den vollen Namen des Users. Wenn ich Leerzeichen verwenden will, dann ist es ratsam, dass ich das Ganze in Anführungszeichen stecke. Das heißt, Demo User. Und natürlich eine E-Mail Adresse. Auch das hier nur als Beispiel. Als nächstes brauchen wir das Passwort. Das kann ich entweder mit minus P oder mit Bindestich, Bindestich, Passwort ist gleich, zum Beispiel Test 123. Und anschließend muss ich noch die Sprache vorgeben. In dem Fall gebe ich hier Deutsch vor und ich kann auch angeben, in welcher Gruppe oder ob der User Admin sein soll. Ich möchte jetzt einen Admin User anlegen. Das heißt, ich gebe jetzt zusätzlich noch die Option Admin an. Und wenn ich diesen Befehl jetzt so absende, dann wird mir jetzt über die Konsole der neue User Demo User generiert mit Admin Rechten. Wie du siehst, hat das Ganze funktioniert. Wir können uns das jetzt wieder mit dem Befehl List anzeigen. Und wie du siehst, wurde jetzt dieser User dementsprechend angelegt. Ich kann natürlich jetzt auch im Backend sehen, dass dieser User angelegt ist. Dazu wechsle ich einfach mal ins Backend meiner Installation. Ich lade die Seite neu und wie du siehst, habe ich jetzt hier diesen Backend User angelegt. Natürlich kann ich mich mit diesem User auch wieder anmelden. Zum Schluss möchte ich jetzt noch den Passwort Befehl zeigen. Das heißt, wie können wir ein Passwort ändern? Dazu geben wir jetzt erstmal Passwort minus H an, damit wir die Optionen sehen. Wir benötigen natürlich mindestens den Username und natürlich das neue Passwort. Das heißt, ich gebe jetzt hiermit minus P und dann das neue Passwort, das neue Passwort vor und anschließend natürlich noch den Username, in dem Fall Demo User. Ich sende das Ganze ab und jetzt hätten wir auch das Passwort geändert. Diese neuen Befehle stehen dir also ab Contao 4.10 zur Verfügung. Die neue Version 4.10 steht ab Mitte Ende August 2020 zur Verfügung. ansatz 음kelleestart. kreise 19 18 22 22